Schöner Zug. Den Scharfschützen oben kriegen wir jetzt. Erwischt ihn! Mist. So viel in Sachen Heimlichkeit. Kursack! Gefühltes! Angreifen! Der Wachstillehof macht den Kettelhalter! Es wird nicht einfacher. Wie man so schön sagt, lass die Spiele beginnen. Guter Ja für ein Doppelkill. Jetzt erschieß ihn. Enough! Okay, we're legal. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Anderson. Bin hier auf dem Präsentierteller. Jetzt der mit dem MG... Jetzt der mit dem MG... Gute Arbeit! Los! Oh, 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 oh.